Ich zeige dir, wie du deinen Laptop-Lüfter reinigst mit und ohne Aufschrauben. Fangen wir mit der Variante ohne Aufschrauben an. Dazu schaltest du deinen Laptop aus und trennst sie von der Stromversorgung. Bereite deinen Staubsauger vor und dann saugst du alle Lüfterschlüpse am Gerät ab. Die können sich auf der Rückseite, aber auch an der Seite befinden. Vergiss diese nicht. Du kannst die Laptop-Lüfter auch per Software reinigen. Diese erhöhen temporär die Lüftergeschwindigkeit, sind aber weit nicht so effektiv. Zwei Programme habe ich trotzdem für dich. Einmal Fan-Control und Speed-Fan. Zur Vorbeugung des ganzen Staubes im Laptop, stelle dein Laptop immer auf eine feste und saubere Oberfläche. Porthyp, wenn du damit unterwegs bist. Nutze Laptop-Kühlpads als auch eine Laptop-Tasche. Damit kommt weniger Staub in dein Gerät hinein. Am besten ist natürlich, wenn du dein Laptop aufschraubst. Dein Laptop kannst du an allen Seiten des Untergehäuses aufschrauben. Das ist auch meist problemlos möglich. Danach entfernst du die Kappe und reinigst dann mit einem feinen Pinsel. Hier eignen sich zum Beispiel Schminkpinsel sehr, sehr gut. Oder aber auch feine Reinigungspinsel, beziehungsweise Malerpinsel. Passt aber bitte auf, dass ihr nicht Benutzer verwendet. Damit nicht irgendwelche Schadstoffe in euren Laptop gelangen. Putzt dann die ganze Platine vorsichtig inklusive der Lüfter ab. Wenn sich hier Staub festgesetzt hat, könnt ihr diesen mit einer Zahnbürste vorsichtig entfernen. Arbeitet euch von den harten Bürsten zu den weichen Bürsten nach und nach vor. Bis das Innere des Laptops staubfrei ist. Ihr könnt auch einen Staubsauger verwenden. Lasst diesen aber bitte nicht auf maximaler Stufe laufen, sondern immer nur so wenig wie es geht. Damit der Staub einfach nur das Gehäuse verlässt. Seid nicht grob, seid eher lieber zu vorsichtig damit. Danach schraubt ihr euren Laptop wieder zu und schon müsste euer Gerät mehr Performance bieten. Und so kannst du ganz einfach deinen Laptop-Lüfter reinigen.